also einfach immer wieder nochmal versuchen warum stecken die immer die Köpfe ineinander? Sind die blöder? was macht der? guck mal ich hab jetzt auch mein Kopf in dem sein höhöhöhöh ihr könnt auch gerne hier versuchen, ob er darauf kommt, da sind jetzt noch mehr die Guck mal, diese Vollfeige, die haben sich... Okay, dann versuche ich mal auf 59 Ja, guck mal bei mir Was? Komm Ich steck doch schon, ich steck doch schon in deinem Kopf drin Okay, jetzt habe ich schon mal ein Buch in der Hand Äh, kommst du da rauf oder nicht? Also hier kommen aber immer mehr Leute drauf Ja, ich meine jetzt aber auch noch Platz Welcher IP jetzt nochmal? 59 Nee, mit 55, eigentlich ist die 55, wo die meisten jetzt schon drauf sind Ja, aber Und hier kommen immer wieder neue drauf, habe ich das Gefühl, oder? Also auf dem was... Auf 59 aber auch Ja, einfach nochmal, weil irgendwie andere Leute kommen ja auch drauf Und da steht ja noch festes Teil, wenn man abtaste drückst Nein, da muss... Ja, aber jetzt kommt wieder jemand drauf, probier's einfach Ich bin echt da mit dem Button Dann drücke ich den Knopf und spreng die Wartezeit, äh... Also soll man jetzt auf den 59er gehen oder was? BlackBee, schäuze, wir sind aber relativ... Wir sind aber relativ... Sein Wort ist von uns Oh, da schlägt jemand an mir vorbei Die Frage ist, wie viel sind wir denn jetzt auf den 55er? Ähm... Salmo... Babyboots, BlackBees, Spielpirat Salmo ist drauf Ich bin wieder weg Salmo flirte, flirtet hier grad, seht euch mal das an Ja, du geh mir mal aus dem Licht hier Salmo flirte, mit der Blondine, mit den blauen Augen hier grad Missy Roxy Ja... Ja, dann ne, voll erwischt Voll erwischt Du gehst mir fremd, du gehst mir fremd Da gibt's jetzt ein paar geklatscht, batsch Puff Also wer, wer fehlte denn jetzt auf dem Server hier? Auch 55 Hey, Remake Forever fehlt Und du kommst nicht drauf? Ne, da steht, ich soll mir VIP kaufen Ja, ich, bei mir steht's gleiche Also es sind noch relativ viele Plätze, da was heißt relativ, aber sind noch Plätze frei und so Already in progress, also schon gestartet Ja, es steht bei mir genauso und äh... Nix mehr passieren Die Frage ist, ob jetzt, ich sag mal, für Free2Play alle, ähm... Plätze überlegt sind Dort nur noch welche, die VIP gekauft haben, noch mit drauf connecten können Ja, okay Und dann die reservierten VIP-Plätze Hm Ach, Scheiße Das ist jetzt natürlich etwas... Warum scheinen die jetzt auf 59 die ganze Zeit Hallo YouTube? Ohhhh Schau mal, ich schau mal ganz kurz was nach im Internet Warum steht bei mir Downloading-Texture-Pack, wenn ich Nein gedrückt hab? Hm, gute Frage, es sollte eigentlich nicht kommen Ich habe 100%, aber es passiert nichts Seid mal flirtet hier immer noch Seht euch das an Ja Seht gar nicht Aber die hat einen schönen Skin, muss ich nur sagen Das sieht cool aus Seht euch das mal an, hier Ah, ah Ich glaub die Ich glaub die haben irgendeine Pokus in Warnes Ich glaub die haben irgendeine Pokus in Warnes Ich glaub die haben irgendeine Pokus in Warnes 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 Aber jetzt... Welcome to the wards Es steht, dass ich gekickt bin und dich VIP bräuchte Ja, weil er kommt... Ja, momentan sind die Plätze belegt für nicht VIP Auf 59 komm ich raus Ja, es ist halt die Frage, wenn wir jetzt alle auf 59 drauf gehen, ob wir dann auch alle wieder drauf kommen Ja, also normal müsste der... Probieren wir halt einfach alle aus Okay Ansonsten gehen wir auf 60 Genau Worin jetzt? Ja, wir könnten... Ja, wir könnten... Ansonsten gehen wir auf die 19 danach, weil da sind gerade noch viele frei Also 59 ist voll Okay Dann gehen wir direkt alle auf 19 Genau Auf 19, okay Anmelden... Punkt, Punkt, Punkt Möchtest du... Also ich bin auch schon drauf So Oh, ich hab ein Buch bekommen Also ich bin drauf gekommen Ey, wieso hab ich ein Buch in der Hand? Wofür ist das Buch? Wofür ist das Buch? Dann... Dann wird das Spiel erklärt auf vier Seiten Achso Oh, wir haben sogar nur 15 Minuten Wie? 15 Minuten? Krass Ist es hier bei euch auch offen? 15 Minuten zum Farmen und ähm... Man hat halt am Anfang eine gewisse Zeit, Dinge zu farmen und Kisten zu finden und sich auszurüsten Also dann... Deine Frage wird euch auch kaputt Ja, ich bringe ich da mal runter Man muss in 15 Minuten zum Beispiel einen Eisenschwert haben, um andere zu kehren Genügend Essen und alles Ja Da springen wir Kann man da runter springen? Ich glaub dann wird man wieder zum Spawn geportet, oder? Ja, tacke Okay, nochmal Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr So, noch online doch nicht Wo sind alle rauf, ja? Na ja, solange nichts passiert, kann ich ja schon mal anfangen zu kritzen Ja, das ist so, dass vier Teams sind, ne? Also sprich, man sieht jetzt auch, wenn man in die Tab-Taste drückt, dann werden die auch alle nachher farblich sortiert Okay Oblich kommen wir auch alle in ein Team oder? Und das ist natürlich Zufall, aber man kriegt dann auch mit der Namensmarkierung Die werden dann auch farblich markiert Also, okay Da weiß man, wer in welchem Team sein kann Also, okay Dass ich mit Bipira zusammen bin und Babyboots mit Salmo, aber wir nicht gemeinsam in allen Richtig, es kann passieren, richtig, genau Und, ähm, das ist so, dass du dann anfängst, du dich alles abzubauen, was du brauchst Okay Eine Kiste bauen, also hier, ähm Okay, also damit kenn ich mich überhaupt nicht aus Braucht dann mal halt einen Ofen, etc Ähm, und es gibt noch versteckte Kiste Ja, aber was muss man denn hier allgemein machen? Ich hab gedacht, das ist wie so ein Hunger Games Ding Ey, ich kann mich hier nicht mehr bewegen Pistum bauen, Pisten Also, also du hast, du hast nichts weiter, außer, dass du dir vielleicht mal, weiß ich nicht, einen Baum irgendwo fällst Okay Ich weiß nicht, du hast ein neues Game Was? Okay, und dann, ähm, baust du dir halt ein Crafting Table, dann kannst du dir schon mal eine Spitzhacke bauen Lass mal, lass mal Spielpirat kurz erklären Ja, genau Ja, dann hast du eben halt deine, deine, äh, kannst dir eben halt die Werkzeuge bauen, die du brauchst Ja, also Steine abzubauen, und, et cetera, die ganzen Geschichten Ist ja nicht viel Oh mein Gott, oh mein Gott, das hab ich... Ich bin grün So, jetzt musst du dir jetzt was aussuchen Jetzt sucht euch mal hier irgend so ein Thema Ich bin blau Was? Enjoy your kit? Ich bin blau What? Hey, wieso hab ich Knochen und ein Ei? Ich bin mit... Hä, ich, ich hab ein Buch und einen Kompass, hä, was muss ich jetzt machen? Spielpirat Ja, du hast jetzt einen Kompass Ja, du hast jetzt einen Kompass Ich hab einen Kompass, ich bin... Ja, musst du irgendein so ein Kit holen Ja, und was bringt das, ähm... Oh, Handwerk? Das, 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 das Kit kann ich nicht nehmen Dann ist es wahrscheinlich nicht... Hey, wo man sieht man das? Irgendwo kriegst du irgendwas? Man kannste ne Angel haben oder irgendwas Du musst abdrücken und da siehst du deine Farbe Du bist gelb, ich bin auch gelb Okay Bleiben wir heute nicht bei uns Ich bin blau, wär's auch holzblau Er ist grün Wir sind die einzigen... Ah, ich bin rot Okay, also wir sind rot Ich bin... Ich bin grün Ich bin grün Ich bin grün Ich bin grün Ah, scheiße So, und jetzt geht's los und abbauen, abbauen, abbauen Ich bin alleine bei uns Ich bin alleine bei uns Warum macht ihr alles so schnell? Ich bin alleine Ja, weil du nur 15 Minuten Zeit hast, du musst dich in die Erde eingraben Du musst halt gucken, dass du da unten auch ein paar Rohstoffe findest, wie Eisen oder irgendwas in der Richtung Ich bin alleine Das ist schwer, man kann's ne Rüstung, ja? Sorry, ich bin... leider bin ich jetzt doch nicht in unserem Team, weil ich runtergekommen bin Ähm, steh ich gerade Ja Machen wir dann so lang zusammen, so Luke? Ja, ich hab schon mal nur Workbench und Stickies Das ist super, also wenn du jetzt nicht nur weiter rum stehst, dann machen wir zusammen Ja, ich baue gerade, ja, was soll ich uns beiden schon... Also auf jeden Fall, mach uns mal beiden jeweils ne Schippe und ähm... Schön, dass wir allen das verraten Und ähm... Passt du nicht? Ach ja, scheiße, dann... Äh, was da jetzt wieder Also... Sorry, gar Mir... Nein, Quatsch Mir wärs ganz üblich normales Mir wärs ganz recht, wenn ihr das gar nicht drüber quatscht, weil sowas habe ich noch gar nicht gemacht Ja, ja Also pass auf mich, was du am Anfang, was du am Anfang brauchst, ja Nimm dir halt einfach mal Mach erstmal nur ne... nur ne ähm... Holz ähm... Spitzhacke Genau Ja Ja Wann ich dir eine machen? Gut Äh, so... Dann in den Boden eingraben, oder wie? Äh, richtig, genau Wobei hier unten ist ja auch Wasser Was? In den Boden eingraben? Wo bist du? Hier Naja, weil du die Großstöcke findest Möchtest du ne Spitzhack und ne Schaufel? Ja, bitte Wobei, buddel dich doch mal kurz zwei, drei Felder ein Und dann kannst du dir schon mal Steine holen, dann haben wir schon mal ne effektivere Spitzhacke Okay Ich geh auch schon mal Ich hab Eisen gefunden Wie kommst du? Ja, okay Ja Soll ich mit runterkommen, oder wie du was? Oder soll ich was machen? Hey, ich hab keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Kann ich auch Schweine hier hauen? Wegen Essen Ja, alles Du brauchst doch Fressen Du musst dich doch versorgen Also ich glaube, Fressen hast du jetzt noch kein Problem, solange du ähm Solange der nicht sprint wird Wow, Gold Ja, ich mein gar nichts Ich mein gar nichts Ich mein gar nichts Ne, solange wir auch nicht kämpfen In der Abbauphase dürfte, soweit ich weiß, Fressen auch noch beibehalten bleiben Ich hab auch noch Kohle Ey, von wem ist die Werksbank Kohle? Spielpil? Was? Keine Ahnung, die baue ich jetzt ab und nehm sie mit Spielpiratisch hab jetzt 6 Kohle und auch mal Steine Ich hab jetzt 6 Kohle und auch mal Steine Einfach Gold kann ich nicht Gold kann ich nicht mehr Einfach rutschrech die Werksbank abgezockt Du bist nur Hahaha Hahaha Brauch nimmt denn eine kleine Fische so eine Scheiße hier Ja, okay, komm, komm Okay, bist du unten schon? Hast du schon Spitzsacke? Ja, ich mach grad Steinspitzsacke Äh, wo bist du? Ja, super Also hier, ich hab hier eine Werksbank zu, die mal hierher klatschen Mach das Da können wir schon mal einen Ofen machen Ich hab Steine Genau Und dann können wir das Eisen einschmelzen Ein Spätpirat hier Da Wo? Ich werf dich da jetzt mal da, nimm der Workbench Und hier die Steinschaufel auch noch Ja, super, perfekt, dankeschön Ich bauch direkt mal einen Ofen Mach das Ich geh auch mal hier runter, oder? Da ist noch jemand Cola hast du auch schon, ja? Ja Cola hab ich auch schon ein bisschen Das ist klar Da sind zwei Ja, wir müssen hier mal richtig Banane machen jetzt Boah, ich hab hier Gold Ich hab hier noch mal einen Tipp Es könnte auch sein, dass es unterölische Höhlen gibt Und tiefe Schlucht Und wenn man sich runtergräbt Und wenn man sich runtergräbt Und wenn man sich runtergräbt Psst Genau, kannst du Probleme geben Was wir schon mal passiert Also wir machen Eisen hast du schon, ne? Ja, äh Drei Wieso kann ich die Kann ich das Ding nicht hier benutzen? Ähm, den Ofen? Rund, runter, 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 runter Ne, Ofen kannst du nur selbst benutzen Okay Logen kann keiner rauben gar nicht, geht nicht Das ist jetzt mal so da Das ist bestimmt die Strafe Das ist von jemandem die Werkbank geklaut hat Eisen 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 Eisen